Mein Name ist Christoph Alex und ich bin Verkaufsleiter im Autohaus Vöglach. Als Verkaufsleiter arbeite ich den ganzen Tag sowohl mit den Kunden als auch mit meinen Kollegen. Versuche da eben entsprechend den Takt vorzugeben und sorge dafür, dass wir im Team das Optimum für uns und unsere Kunden herausbekommen. Ich bin jetzt über 13 Jahre hier im 14. Jahr und bin vom kleinen Gebrauchtwagenverkäufer bis zur Verkaufsleitung so ziemlich durch jede Abteilung und verkauft durchgegangen. Und schlagbar ist man wahrscheinlich deswegen, weil jeder, der irgendwelche Entscheidungen vertreten muss, einfach immer ansprechbar ist. Wir haben sehr kurze Wege hier und wenn es Probleme gibt, dann schaffen wir es aus der Welt. Sowohl die Arbeit im Team mit den Kollegen macht mir viel Spaß, weil wir uns einfach gut verstehen. Aber auch der Umgang mit den Kunden. Ich habe viele Kunden, die ich ins Herz geschlossen habe.